So, hier ist noch eine Vakabondierungsmaschine. Ja, ja, ich bin immerhin von Nikola, links drehen, das passt. Hier wird demonstriert. Hier. Ich. So, jetzt habe ich einen Signal-Roller wahrscheinlich fast klopfen mit dem Verstehen. Nicht schon wieder hier. Ja, und verkabel. So, jetzt habe ich das richtige Ende. Ja. Erstmal den Volume-Regner nach links. Wo habe ich das denn reingemacht? Ich habe das Keyboard 130. Wow. Ja. Ach so. Ja, was ist das? Alter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020